Ja, liebe Friedensfreunde, ich bitte um Entschuldigung. Meine Stimme ist etwas angegriffen, weil ich einen leichten Schnupfen habe. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Ich will mal mit dem Fazit dessen anfangen, was ich Ihnen kurz erzählen möchte. Mein Fazit lautet, es wird so lange keinen Weltfrieden geben, solange die außergewöhnliche und exceptional und unverzichtbare Nation USA von ihrem Hegemonialanspruch, ihrem globalen, nicht herunterkommt. Denn wenn wir uns in der Welt umschauen, dann werden wir feststellen, dass die überwiegende Zahl der Konflikte auf dem gesamten Globus unmittelbar mit diesem globalen Anspruch der Vereinigten Staaten zusammenhängt. Es hat in der Geschichte immer wieder auch Bemühungen gegeben, Bedingungen zu schaffen, damit eine friedliche Welt entstehen kann. Ich nenne ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist natürlich der westfälische Friede oder auch Friede von Osnabrück und Münster, in dem also die rudimentären Grundlagen für das moderne Völkerrecht geschaffen wurden. Daraus ist dann in den nächsten Jahrhunderten nicht mehr viel geworden, aufgrund der machtpolitischen Ansprüche der Staaten auf diesem europäischen Kontinent. Aber dann gab es nochmal einen Lichtblick, nämlich 1815, auf den Wiener Kongress. Dort ist zum ersten Mal der Besiegte, nämlich Frankreich, mit am Verhandlungstisch gesessen, als gleichberechtigter Partner und es wurde nicht über seinen Kopf hinweg neue Bedingungen geschaffen. Auch das hat nicht lange gehalten, weil hier insbesondere Großbritannien eine verhängnisvolle Rolle in Europa gespielt hat. Dann darf ich noch ein Negativbeispiel erwähnen, nämlich den Versailler Friedensvertrag, wo genau dieser Fehler, den man früher immer gemacht hat, war auch die Rede vorhin von den Römern, wie die das gemacht haben, der fatale Fehler wiederholt worden ist und dieser Fehler hatte Konsequenzen für die gesamte Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Und bis heute, muss man sagen. Denn die Ursache für den Zweiten Weltkrieg und alle weiteren Ereignisse liegt letztlich dort in Versailles 1919. Der nächste Schritt oder die nächste Möglichkeit ist auch nicht konsequent durchgearbeitet worden, weil natürlich auch die Bedingungen des Versailler Friedenswort hineingespielt haben. Das war der Völkerbund oder die Gründung des Völkerbundes. Aber nach 1945 kam ein neuer Hoffnungsschimmer, nämlich die Gründung der Vereinten Nationen, die die Verantwortung, die primäre Verantwortung für den Weltfrieden haben nach der Charta der Vereinten Nationen. Im Kalten Krieg sind diese Dinge etwas überdeckt worden, weil natürlich der Hauptwiderspruch oder der Hauptgegensatz zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten war. Aber dann kam das Jahr 1990 und die Friedensdividende, die wir alle erhofft haben, die hätte ja bedeutet, dass die Masse der militärischen Ausgaben für die Zwecke ausgegeben wird, wo es wirklich nötig ist. Ich will dazu zitieren aus einem Gespräch zwischen dem amerikanischen Präsidenten Bush damals, also Bush-Vater, und Helmut Kohl. Ich war nicht dabei, sondern ich weiß das vom National Security Archive. Das ist eine amerikanische NGO, die also freigegebene Dokumente ins Netz stellt. Dort sagt Vater Bush, lieber Helmut, ich will dir mal erzählen, was ich mit Gorbatschow 1990 im April und Mai in Camp David und in Washington besprochen habe. Und dann sagt er, der Gorbatschow hat große Bedenken, wenn das wiedervereinigte Deutschland in die NATO aufgenommen wird, weil dann die Balance innerhalb Europas zwischen den USA und dem Westen und Russland zu Ungunsten der Sowjetunion damals noch verschoben wird. So, und da kam die Antwort, und da kam die Reaktion von Bush, und er sagte, ich habe Bedenken, ich habe Verständnis für seine Bedenken und werde deswegen beim nächsten NATO-Gipfel, der stand wenige Monate danach bevor, dafür sorgen, dass die NATO ihren Charakter verändert und zu einem Konsultationsmechanismus zwischen den USA und Europa wird. Und genau das ist passiert. Der Londoner-Gipfel von 1990 fand im Juni, Juli statt, und genau dort ist diese NATO-Deklaration verabschiedet worden unter der Überschrift Transformation der NATO. Die Zeichen, dass das nicht auf Dauerhaft passieren würde, deuteten sich bereits in Foreign Affairs Ende 1990 an mit einem Artikel von Charles Crowteller, der unipolare Moment, wo darauf hingewiesen wurde, den müssen wir jetzt nutzen, denn wir haben ja den Kalten Krieg gewonnen, und das soll dann auch so bleiben, und die Dominanz der USA über die Welt soll fortbestehen bleiben. Das ist dann konkretisiert worden durch verschiedene andere Dokumente, und dann letztlich in der Praxis durch die NATO-Osterweiterung mit all den Konsequenzen, die wir bis heute erleben. Ich wollte das nur vom Hintergrund der Geschichte mal erwähnen, damit man weiß, wie lange diese Dinge bereits geplant und dann umgesetzt worden sind, und dann weiß man auch, warum dieser Ukraine-Krieg bis zur letzten Konsequenz geführt werden soll. So viel zu meinen Ausführungen. Schönen Dank. Bravo! Bravo!